Die Sprache aller Menschen Sprecher und sogar die Sprache der Engel, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich doch nur ein trönernder Gong oder eine lärmende Trommel. Wenn ich prophetische Eingebungen habe und alle himmlischen Geheimnisse weiß und alle Erkenntnisse besitze, wenn ich einen so starken Glauben habe, dass sich Berge versetzen kann, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich nichts. Und wenn ich einen Besitz verteile und den Tod in den Flammen auf mich nehme, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Sie prallt nicht und spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus. Sie sucht und nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht danach. Sie ist dir nicht der Schadenfroh, wenn anderen Unrechte geschieht. Sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt nie jemand auf. In jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Niemals wird die Liebe vergehen. Prophetische Eingebungen hören einmal auf. Das Reden in Sprachen des Geistes verstummt. Auch die Erkenntnis wird ein Ende nehmen. Denn unser Erkennen ist das Stückwerk. Und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn sich die ganze Wahrheit enthüllen wird, ist es mit dem Stückwerk vorbei. Einst, als ich noch ein Kind war, da redete ich wie ein Kind. Ich fühlte und dachte wie ein Kind. Als ich dann aber erwachsen war, habe ich die kindlichen Vorstellungen abgelegt. Jetzt sehen wir nur ein unklares Bild, wie in einem trüben Spiegel. Dann aber schauen wir Gott von Angesicht. Jetzt erkennen wir Gott nur unvollkommen. Dann aber werden wir Gott völlig kennen. So wie er uns jetzt schon kennt. Auch wenn alles einmal aufhört, Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Diese drei werden immer bleiben. Doch am höchsten steht die Liebe.